Na, das neue Schuljahr hat begonnen und alle Schüler, denen wünsche ich natürlich alles Gute dafür. Bevor ich jetzt alles nochmal mache, wenn ihr auf den Kanal kommt, Lehrer Mafi, Mafi, Mathe und Physik, ist klar, Mathe ist wirklich einfach, das kann ich versprechen. Und wenn ihr auf den Kanal kommt, dann geht auf Playlists und dann werdet ihr sehen, da ist wirklich alles da. Also da fehlt nichts, da ist Mathe nach Klassenstufen bis zur 13. Klasse, das ist alles da, das ist gar kein Problem. Das ist Bachelor Mathe, also höhere Mathematik und dann alle ansehen kann man auch noch, Physik das Gleiche und so weiter, aber auch medizinische Physik, Chemie und Bio, beziehungsweise auch Sport, solche Sachen sind alle mit dabei. Also müssen wir nicht das Fahrrad neu erfinden und jedes Mal ein neues Video für alles machen, was, naja, dann 10-fach oder 30-fach aufgenommen ist. Guckt euch einfach um. Worauf ich noch hinweisen möchte und das wird gerne übersehen, wenn man hier nach, mal rechts klickt, dann sieht man noch eine Lupe und wenn man da drauf klickt, dann kann man zum Beispiel, das ist mein Lieblingswort, Gleichungen, Nachgleichungen eingeben und findet dann automatisch alles, was darüber möglich ist und so weiter und gemacht wird. Also, wie gesagt, alles nicht neu zu erfinden, das ist unnötig. Deswegen guckt euch ein bisschen um und ihr findet wirklich zu jedem Thema was, ganz egal, fast ganz egal, in welcher Klasse. Gut, ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute fürs neue Schuljahr und dann haut rein, macht was und denkt dran, Mathe ist einfach, versprochen. Ich gebe auch Lerntipps, wie man das alles hinkriegt. Einfach mal umschauen. Bis dann. Tschüss.